Ich glaube, Dennis, der den Albatross physisch angeht, ist eine der Sachen. Und allgemein machen wir uns doch immer sehr, sehr heiß. Und seitdem habe ich ihn ziemlich hart gefangen. Ja, ich habe gesagt, was ist es für ihn? Und ich habe gesagt, hey, bist du gut? Und er war mit mir schlafen. Ich glaube, er ist gut. Andere Rituale, die wir als Mannschaft haben, ist einfach der Kreis, den wir vorher haben, wo wir uns gegenseitig fragen, ist das all we need and is this all we got? Der Sport ist das? Ich verse stripe mich auf khi begonnen hat, aber ich Applicant hörte es erst mal mit den Die Seattle Seahawks, mein Home-Football-Team, haben sie gesehen, dass sie das machen. Ich glaube, das ist von mir, wie ich und Peyton gehört habe. Wie reagieren die Jungs darauf, oder haben sie am Anfang darauf reagiert? Am Anfang war es witzig, aber inzwischen haben sie sich erstens daran gewöhnt. Und zweitens gibt es bestimmt schon zwei, drei, vier andere, die mitmachen. Oder selber was machen. Ich weiß nicht, Yoshi ist immer in der Lockerung, zu streichen und zu weinen Yoga-Strechen vor jedem Spiel. Also, wenn jemand in der Lockerung zu sehen ist, würde das definitiv ein paar Leute wegwerfen. Die Alba-Torze von Alba-Torze! In der Final-Cup-Band, du warst ein T-Shirt, das sagt, mach deinen F***ing-Job. Und du siehst das immer auf deiner Instagram-Account. Was ist die Geschichte dahinter? Luke stirbt für einen Ball. Er stirbt für einen Ball, nach unserer Bench. Und wir fangen einfach auf der Bench, fast auf der Karte zu kommen. Und er war da vorne. Und wir haben einfach auf der Karte zu geben. Und er hat einfach auf der Karte zu geben. mach deinen F***ing-Job. In fronte von uns. Und wir waren einfach so. Jesus. Okay. Und von diesem Tag, er hat einfach angefangen. und er hat einfach angefangen. Und wir haben einfach angefangen. Und wir versuchen, unser F***ing-Job. Auf jeden Fall. Also ich bete grundsätzlich vor jedem Training, bevor wir anfangen. Vor jedem Spiel, wenn ich Starting Five bin, glaube ich, sieht man das natürlich ein bisschen mehr, weil ich auf dem Feld bete. Ich bete aber auch auf der Bank. Die Jungs wissen, dass ich da einfach mal so zwei Minuten meine Zeit brauche, um mein Gebet zu beenden. Berlin ist zurück. In der Spitze des deutschen Basketballs mit einer unglaublichen Teamgeschlossenheit. Und einer Mannschaft... Du hast immer den F***ing Dennis in den F***. Also was ist hinter dem? Wie hat das gerade angefangen? Ich meine, schau an ihn. Er sieht nicht aus wie jemanden, den du f***ing. Warum nach den Spielern? Warum nicht gerade jetzt? Ich f*** ihn einfach nach den Gewinnen. Weil er mich immer in der Praxis schlägt. Und dann habe ich meine Angst nach dem Spiel und ihn schlapp ihn als eine Verkäufe. Ich f*** ihn auf. Ich f*** ihn auf. Wann kam das? Du erinnerst? Ich habe keine Ahnung. Es war ein paar Monate vor. Ja, es ist passiert. Wahrscheinlich auf unser ersten Wynn auf der Streak. Wir fangen einfach an zu gewinnen. Und die schlappen einfach auf. Ich f*** ihn auf. Oh, magst du es? Das ist eine schwierige Frage. Ich bin okay mit ihm. Ich f*** ihn auf. Du, zwei haben ein bisschen spezielles Handshaken. Könntest du vielleicht zeigen, wie du es machst? Ja, bestimmt. Ich meine, es ist einfach. Ich f*** ihn auf. Ich f*** ihn auf. Wie hat es das auch gemacht? Ich meine, ich glaube wir haben es aus einem Video gesehen. Wir haben uns richtig im Video angeguckt, ich weiß nicht mehr, aber wenn er scoren und wir scoren und dann harmoniert es gut und dann ist es irgendwie spontan entstanden im Spiel und jetzt haben wir es beibehalten. Also, ihr habt auch viele Gäste, wenn man 3-Pointer schüttet, wie immer so. Welche anderen hast du in deinem Arsenal? Kannst du uns zeigen? Viele, viele kommen und viele haben wir gemacht. Es ist einfach, dass wir Spaß machen. Wenn du Basketball spielst, musst du es Spaß machen. Für Bayern Zenglen. Gute Ballbewegung. Trigonis aus der Ecke für drei Bumps! Ja, ich bleib von Dennis in den Tunnel. Er weiß. Ich bleibe zu mir in den Tunnel. Alles andere wird aufgerissen. Ich bin in eine Körner. Ich bin selbst. Ja, ich komme und ich schaue, ihn überrasse, und dann lassen wir ihn sein. Er muss seinen Chi nennen. Ja, und dann bleiben wir in den Tunnel mit Dennis und mit Luke. Es ist wirklich motivierend, weil sie dich wirklich motivieren können in fünf Sekunden, bevor sie rausgehen. Ich mag es wirklich. Ich glaube, dass jeder hier in diesem Team tolle Aufgaben hat, tolle Qualitäten hat und wenn er die erfüllt, dann werden wir die Meisterschaft holen. Ich mag es wirklich.